Ja, da hat uns der Gute Glatt wieder rausgeschmissen. Also irgendwie macht er so keinen Spaß. Also... Naja. Also ich denke fast, dass wir hier jetzt irgendwo hin müssen. Weil in dem anderen Haus ja nichts weiter war. Guck mal, jetzt ist hier... Hier war vorhin schon offen, ne? Ja. Komm mal hier raus. Und dann war alles abgeschlossen. Was ist unsere Mission? Sagt es mir. Wir haben nichts weiter. Was hat unser Handy? Ne? Message? Fünfte Flur. Ja, komm wieder hin. Sagen wir es auch. Schreib mir mal ein SMS. Sag mir, wie ich denn hinkomme. Ich weiß es doch nicht. Hier ist noch diese ekelhafte Musik. Also hier muss noch irgendwas sein. Fass ist was. What the fuck? Ja, es riecht böse. Ja, nimm dir mal die Waffe. Pass auf, was da runterkommt. Böse. Ich dachte hier zwei an, zwei an ein Zombie, aber so ist natürlich auch nicht schlecht. So, dann wechseln wir einfach mal die auf die drei. Was haben wir für den Schlüssel? Für eine Hallentür. Wollen wir denn eine Hallentür? Jetzt kommen wahrscheinlich die richtig fetten Ärsche. Wir gehen einfach mal ganz hoch, vielleicht haben wir Glück. So, damit wir das Ding auch schließen können. Ich denke euch wahrscheinlich jetzt, boah, das ist der doof. So beim Spielen, das ist auch schwer. Wenn ich mir die Let's Plays dann anschaue, denke ich auch, scheiße, was ist so dämlich, Junge. Aber irgendwie... Wer kommt jetzt hier raus? Ja, das wird der Schlüssel wohl sein. Und jetzt geht's auch schon raus. Und so nehmen wir uns mal auf. Wir suchen alles erst mal... Ah, ja, was seid ihr denn? Ja, sicher. What the fuck? What the... What? Ach du Scheiße. Fällt mir ja gar nicht. Wie nehmen wir die? Equip oder nicht? Ach so, alles klar. Gut, wir müssen uns hier selbst injizieren. Gut. Das machen wir das jetzt noch einfach mal. Oder mal hier. Ach, sicher. Hm, okay. Irgendwas mit einem... Geheimtot. What the fuck? Ich will da aber rein. Also, von einer Etage unter den Zettel sind wir hergekommen. Hier ist nicht her. So ein kleiner, lustiger Freund. Schauen wir, wie der hier frei ist. Machen wir keine Manieren beigebracht. Okay, also hier oben kann man nirgendwo... Die ist... Zu. Ja, wie ist der Geheimcode? Auch nicht. Ne, weiß ich nicht. Ich denke, wir müssen runter. Ach ne, wollte eine Lampe werden. Welchen Schuss haben wir denn? Zweimal ein Magazin nehmen wir uns auf. Für schlechte Zeiten. Zu. Hier kommen wir her, oder? Hier will ich ja wieder raus. Scheiße. Scheiße. Wir müssen da hin. Wir müssen da hin. Fuck. Fuck. Hier kommen wir rein. Ach du Scheiße. Komm, wir brüllen unsere Knache aus. Speicherpunkt. Überschreiben wir den ersten. Wir trauen uns mal weiter zu spielen. Vielleicht kackt uns das Spiel ja nicht direkt wieder ab. Oh, fuck. Scheiße. Ich kriege noch mein Herz in Fakt. Warte, hab ich? Was ist das? Das ist ein H... HLC-Hookie? What? Du dämliches, kleines, hässliches Kind. Wir können den auf, du zah... Du weißt, was ich mein. Fuck. Das ist ein Video-Sequenz. Okay, wir sind jetzt. Ja, sicher. Das wollte ich jetzt auch wissen. Ihr kranken, perversen. Fuck, fuck, fuck. Oh, ist noch mein Handy. In hier. Okay. Beziehung damit was sagen. Okay. Okay. Wir haben ja erst gespeichert, ne? Wir wissen, was uns hier erwartet. Ach, man sollte doch treffen, ne? Okay, kommt jetzt wieder das kleine, ekelege Kind. Boah, wieder Gänsehaut. So. Jetzt zum Fahrstuhl. Ja, hier kommen wir her, ne? Oh, wir können in den Keller. Die sind hier auch eine Speichermöglichkeit. Die ist verschlossen. Wir haben jetzt auch keinen Schlüssel. Aber schon mal gut zu wissen, dass im Keller eine Tür ist, die man ausschließen kann. Ich nehme jetzt erstmal wieder zum Fahrstuhl. Und probiere nochmal unser Glück. Hier wollen wir schon, ne? Ja. Jetzt kriegen wir die SMS. Ja, okay, ich bin hier. Versuchen wir's nochmal. Und diesmal klappt's auch. Wer hat mir jetzt erst mal zu stehen? Scheiße, scheiße. Zieh die Waffe. Zieh die Waffe. Zieh die Waffe. Okay, hier sauber. Ah, dann können wir speichern. Direkt mal. Geh mal auf die 2. Warum? Warum? Unter der Leiter. Ach, ein Fahrstuhl. Was bist du denn? Was bist du denn? Was bist du denn? Was ist denn? Und dazu für Beine? Okay, dann klettern wir hier mal runter. Nehmen wir einmal das Seil. Ja. Und jetzt sind wir wo? Fuck, wir haben jetzt auch noch diese ekelhaften Tussen aus den Türen gesprungen kommen. Das krieg ich ja noch. Kretze, Kretze, scheiße. Hau ab. Nimm deine ekelhaften Hände weg. Oh fuck, ey. Fuck. Scheiße, nimm deine Kinder und verzieh dich. Das ist ein bisschen wie eine Feuerwehr, ne? Sehr schön, wenn das Feuer noch nicht hier war. Trinkt mir jetzt aber nichts. Ja, sehe ich ja immer dahin, wo es Blut ist. Speicher-Tape, das können wir einfach benutzen. Hier waren wir wohl nicht. Fuck, 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 wo? Oh, scheiße. Was sollst du duschen oder was? Das habe ich dich gestört. Wollt ihr nicht, Entschuldigung. Nächstes Mal kannst du einfach mit Worten reden. Scheiße. Jetzt sollte man langsam wieder auf gute alte Munizierung, äh, Messer-Technik zurückkommen. Und da kackt uns das Spiel wieder ein. Und da, ich möchte jetzt mal. Und da, ich hoffe.